Die Highlights der Physik kommen nach Regensburg. Das Science Festival ist vom 19. bis zum 24.9. in deiner Heimatstadt. Forschende aus ganz Deutschland freuen sich darauf, dir Einblicke in ihre zukunftsweisenden Projekte zu geben. Sei bei spannenden Bühnenshows und Experimenten live dabei. Wir beginnen die Wissenschaftswoche mit der großen Highlights-Show in der Donauarena. Dort begrüßt Angela Halfer in einer unterhaltsamen Show prominente Gäste wie Harald Lesch und präsentiert aktuelle Themen aus der Physik. Herzstück des Festivals ist die große Themenausstellung auf dem Neupahrplatz. Finde heraus, mit welch trickreichen Methoden sich Forschende Einblicke in die Welt der Atome und Moleküle verschaffen. Wie funktioniert die Elektronik der Zukunft? Werden Quantencomputer unser Leben revolutionieren? Diese und alle anderen Fragen werden dir vor Ort beantwortet. Im Ton-Dittmar-Palais finden jeden Tag zahlreiche Vorträge statt. Von morgens bis abends beleuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen die Auswirkungen der Physik auf unser tägliches Leben. Für die Jüngsten gibt es die ganze Woche ein buntes Programm am Highplatz. Highlight-Show, Kindertheater, Forscherzirkus und Zauberschule bringen euch Naturphänomene und physikalische Zusammenhänge spielerisch näher. In der Tiki Beat Bar und Club warten unterhaltsame Vorträge zu Themen wie der Physik des Biers in lockerer Atmosphäre auf euch. Zum krönenden Abschluss findet im Audimax der Universität Regensburg mit dem Konzert James Bond im Visier der Musik ein letztes Highlight statt. Mit den Tholan gewährt einen unterhaltsamen physikalischen Einblick in die gewagten Stunts und ausgefallene Technikausstattung des berühmten Geheimagenten. Weitere Informationen zum Festival unter highlights-physik.de